Hier ist das Oktoberfest aufgebaut, da sind sonst halt mehr Ligen. Immer freitags ist da auch Viertel vor 10 live gesangen mit einer Live-Sänger. Dann, wie gesagt, hier vorne, die kleinen Stangen sind auch bis zur Uhr, wenn wir zu der Tag, da sind die Zandlaune, da sind die Dreck und die Musik. Und hier hinter euch, wie ihr schwererkennt, das ist Volleyball. Drei Felder haben wir davon, immer 10.30 Uhr morgens und 4 Uhr Nachmittag.